In dem heutigen Video möchte ich euch drei spannende Aktien vorstellen, die schon seit Anno dazu mal tatsächlich Dividenden ausschütten. Und zwar nicht nur Dividenden-Aristokraten sind teilweise nicht nur Dividenden-Könige, sondern weit darüber hinaus. Und die seit über 100 Jahren Dividenden ausschütten. Man mag es kaum glauben, eine Aktie mit über 200 Jahren. Also wirklich extrem, extrem stark und interessant. Und wenn euch das interessiert und ihr diese Titel erfahren möchtet, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Ja, wie in der Einleitung bereits erzählt, werde ich hier einige Dividenden-Aktien vorstellen, die wirklich extrem, extrem lange Dividenden-Historie auch haben. Ihr wisst ja, dass ich jemand bin, der sehr stark auf diesen Trip ist, dass ich ein Dividenden-Investor werden möchte und auch langfristig damit meinen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Das wäre natürlich der Idealfall. Ich glaube, das möchte jeder, der sich mit Dividenden-Aktien beschäftigt. Vielleicht einfach nur zur Erklärung und zwar beim Thema Dividenden-Aristokraten und Dividenden-Könige. Das ist ja so quasi diese beiden Titel, die mir häufig fallen. Dividenden-Aristokraten heißt, dass man 25 Jahre am Stück Dividende ausgeschüttet hat, die sich dann aber auch sogar gleich gehalten hat oder mindestens auch erhöht hat. Beim nächsten ist es Dividenden-Könige, das gleiche, genauso eben gleichbleibende bzw. steigende Dividende in 50 aufeinanderfolgenden Jahren. Also wenn man das, glaube ich, schafft und so ein Geschäftsmodell findet und dem Unternehmen da auch vertraut, ich glaube, das kann dann auch langfristig wirklich weiter stark steigen und sind aus meiner Sicht wirklich sehr interessante Titel dabei. Ich habe mich aber jetzt hier vor allem auch auf die Titel fokussiert, die seit mehr als 100 Jahren Dividenden ausschütten. Das sind wirklich nicht so viele, also ein paar Hände voll maximal. Da werde ich euch zum Ende auch nochmal einen Artikel zu verlinken oder eine Website, besser gesagt, wo ein paar Titel aufgelistet sind, wo ihr nochmal nachschauen könnt. Aber ich möchte jetzt hier primär auf drei von diesen, ja ein bisschen mehr als 20 eingehen, die ich persönlich als interessant finde. Und damit starten wir hier mit Colgate Palmolive. Ja, das sind eigentlich alles Unternehmen, die, glaube ich, jeder kennt. Also ein riesengroßer Konsumgüterkonzern, haben eben in Bereichen Mundpflege, Körperpflege, Haushaltsreinigung, Textilpflege und Tiernahrung Produkte, die sie anbieten. Darunter sind eben so, ja, bekannte Marken auch dabei wie Elmex, Meridol, ja, das ist bei Mundpflege, das ist auch der größte Sektor quasi, in dem sie anbieten. Aber haben natürlich auch ganz viele Seifen oder Deos. Ich glaube, jeder, der mal in den Supermarkt hier gegangen ist oder in, ja, in so einen Drogeriemarkt, der kennt die Produkte. Und ja, Colgate Palmolive hat Dividende seit 1895 bereits ausgeschüttet, aktuelle Dividendenrendite sogar bei 2,4 Prozent. Und haben die letzten 60 Jahre die Dividende gesteigert, also somit auch ein Dividendenkönig hier. Wenn wir uns den Kurs anschauen auf dem Langzeitschart, ja, dann sehen wir hier auch, ja, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Immer stetig steigende Kurse. Ja, momentan ein kleiner Abwärtstrend, sind so bei 68 Euro. Höchststand hatten wir hier, ja, auch noch nicht allzu lange her, ungefähr ein Jahr her, so bei 83 Euro. Ja, ich glaube, langfristig gesehen haben wir hier weiterhin die Möglichkeit, auch weiter steigende Kurse zu sehen. Momentan sind wir natürlich hier im Marktumfeld, was ein bisschen herausfordernd ist. Aber deswegen gerade diese Titel. Wenn nicht diese Titel, ja, langfristig gezeigt haben, dass sie sich durchsetzen können, wäre bitteschön dann. Die nächste Aktie, die ich euch zeigen möchte, ist Procter & Gamble, ist quasi ein Konkurrent von Colgate Palmolive, also im gleichen Bereich Konsumgüterkonzern. Und ja, da sind aus meiner Sicht sehr, sehr bekannte Produkte, auch viele große Produkte, die, glaube ich, auch jeder kennt. Also sowas wie Braun, Gillette, Pampers, AGL, Blender Made, Charmin, Head & Shoulders, Meister Proper, Ural B, Swiffer. Das sind mal so die allerbekanntesten, zumindest für mich gewesen. Und ja, auch hier, Dividende seit 1890, also weit über 100 Jahre, eine Dividendenrendite aktuell von 2,5% und sogar die letzten 68 Jahre eine steigende Dividende. Also extrem, extrem stark. Auch wenn wir uns hier den Kursverlauf anschauen, ja, wirklich, ja, nicht eine gerade Linie nach oben, aber vor allem jetzt in den letzten Jahren extrem Schub aufgenommen. Mein Höchststand war jetzt hier nach Google, was ihr hier sehen könnt, wo ich es mir den Chart anzeigen lasse, bei, ja, 150 Euro ungefähr, jetzt sind wir bei 142. Ja, würde ich sagen, auch hier interessanter Titel, wie bei allen und im gesamten Marktumfeld momentan gilt natürlich das Gleiche. Wir müssen so ein bisschen die Marktlage abschauen. Ich würde nicht all in jetzt in so eine Aktie gehen, sondern wir müssen da natürlich ganz klar gucken, ja, in Charge aus meiner Sicht reingehen, weil, wie gesagt, es kann einiges passieren aktuell, es ist aus meiner Sicht ein ziemlich unsicheres Marktumfeld. Aber wenn man da in den Chargen reingeht, sollte das aus meiner Sicht gut möglich sein und auch hier aus meiner Sicht eine Möglichkeit sein, wo man auch langfristig von profitiert, egal in was für einer Lage wir uns befinden. Ich meine, die Produkte, die wir gerade aufgezählt haben, ja, eine Pampers braucht ein Baby immer, ja, egal wie es gerade aussieht. Vielleicht wird man vielleicht das eine oder andere mal auf verzichten, wenn man überhaupt kein Geld mehr hat. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, schon etwas, was man auch zukünftig, auch in Krisenzeiten wahrscheinlich kaufen wird. Und last but not least haben wir hier York Water, ja, oder die York Water Company. Und zwar der Titel mit der längsten Dividendenhistorie überhaupt. Und zwar wird hier Dividende seit 1816 ausgeschüttet. Das sind 207 Jahre am Stück Dividende. Stellt euch das mal vor, 200 Jahre, was in 200 Jahren passiert, wenn wir jetzt mal 200 Jahre nach vorne denken, ins Jahr 2223. Also in der Zeit, in der wir uns aktuell befinden, ich mag gar nicht 10 Jahre in die Zukunft gucken, kann mir das nicht mal vorstellen, was in 10 Jahren passiert. Also wirklich extrem spannender Titel hier. Ja, als öffentliches Versorgungsunternehmen im Bereich Wasser, ja, wie der Name ja schon sagt. Wir haben hier auch eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent, also wirklich extrem stark. Und die letzten 26 Jahre, also ein bisschen weniger, steigende Dividenden, womit wir uns aber immer noch hier um einen Dividendenabzugkarten handeln. Und aus meiner Sicht auch, naja, ein sehr, sehr spannender Titel. Und das sind so drei, die ich hier rausgenommen habe, die ich persönlich auch weiterhin als ziemlich zukunftsträchtig erachte, auch wenn es richtige Dinosaurierunternehmen sind, ja. Und wenn euch das interessiert, dieses Thema mit Dividendenzahlen seit über 100 Jahren, ja, hier habe ich, ja, so eine Liste rausgesucht für euch. Da könnt ihr euch gerne mal reinschauen. Da sind natürlich auch noch einige andere Unternehmen dabei, die aus meiner Sicht auch ziemlich bekannt sind und auch, ja, interessant sind. Aber das sind so die, die mich am ehesten, ja, interessiert haben. Deswegen habe ich sie hier aufgelistet und aufgezählt und wollte davon das mit euch teilen. In dem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das gefallen hat, das Video, und ihr euch weitere solcher Videos wünscht, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da, dann sehe ich, dass euch das gefällt. Und wenn ihr ja jetzt das erste Mal auf diesem Kanal seid oder noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auf jeden Fall auch über ein Kanalabo extrem freuen. Ja, das pusht auch den Algorithmus, von daher freue ich mich dafür wirklich extrem über jedes Abo, was dazukommt. Von daher dafür vorab schon mal ein recht herzliches Dankeschön. Wenn ihr noch keinen Broker habt und jetzt eben super interessiert seid, Dividendenaktien zu kaufen, die schon seit über 100 Jahren ausschütten, also die drei Titel, die ich gerade vorgestellt habe, könnt ihr auch bei Trade Republic erwerben. Das ist der Broker, den ich persönlich und privat nutze. In der Videobeschreibung lasse ich euch da unten mein Affiliate-Link dafür da. Ihr habt keine Mehrkosten, habt die Möglichkeit, eine Aktienwert von bis zu 200 Euro gratis dazu zu erhalten. Und ihr würdet damit die Arbeit hier auf meinem Kanal enorm unterstützen. Dafür vorab schon mal ein recht herzliches Dankeschön. Dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Videoempfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.